Egal, was du tust, schaue niemals dieses Video um 3 Uhr nacht! Denn Ladies und Gentlemen, ihr seht schon, heute sind wir im Dark Web unterwegs. Feed, wild und wir müssen uns jetzt hier einloggen und Username... Okay, gut, warte mal ganz kurz. Bauchspeck ist lecker. 69. Alter, wir sind knackige, äh... 14. 14, Gang, wo sind meine 14-Jährigen? Wuuuh! Wir machen... Oh, mein Username ist zu lang. Wir sind Bauchspecki. Bauchspecki sind wir jetzt da. So, okay. New Videos available. Also, wir sind jetzt hier drinnen. Und wir sollen niemals diese ganzen Videos hier anschauen, denn die sind alle anscheinend verflucht. Wenn wir direkt draufklicken, hier ein Message... Okay, ähm... An Error. Wir können's nicht... Super. Das erste Video können wir schon mal nicht anschauen. Was haben wir denn in den Kommentaren? The issue with this theory is that we clearly see evidence... Bla... Bla... Langweilig... Spiel bitte wieder Fortnite! Für Fortnite! So, gut, passt, Dislike und raus da. Funny Wink App Compilation, Bro. Juckt mich jetzt auch nicht. Können wir aber auch nicht anschauen. This is actually cringe. Deine Mama cringe. Junge... Komm... 1... Wie... 1... Fortnite... Dislike. Raus da! Gut, also bis jetzt sehe ich jetzt noch nichts vom... Äh... Creepy, aber... Oh! New Videos available. Also... Gut, anscheinend... Dislike... Die unterstützen den super Content. Aber spielt doch endlich wieder Fortnite! Nein! Ich schwöre immer meine... Immer meine Kommentare. Das ist... Okay, wir haben ein neues Video. Also es aktualisieren sich hier die ganze Zeit diese Videos. Und irgendwann... Sollten wir mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm... 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 Gut, können wir wieder bitte... Ein bisschen weiter... Fortnite gucken? Alright. Wir laufen einen Gang entlang. Und Bro, ich... Ich... Kann wir da wieder... Oh Gott. Gott sei Dank, Alter. Ich wollte grad sagen, wie kommen wir hier wieder raus? New Videos available. Es ist... Es war grad schön und lustig mit den Kommentaren und so. Jetzt bin ich aber nicht mehr ganz so cool. Und ich hab ein bisschen Angst bekommen. Und können wir bitte was anderes anschauen? Ich mein Mann... Hey, falls ihr neuer sind auf diesem Kanal und ihr genauso Schiss habt wie ich dann... Lasst doch gerne ein kostenloses Abo. Jeden Tag fast ein neues Video. Okay? Mit diesem hässlichen Dulli-Kopf. Alright. Das haben wir jetzt hier. No worries. Jenny will also be here when you get back. Also wir sind alle noch hier, wenn du back bist. Egal. Taking a break. Also der hört auf. Kennen wir wie dieser Marki mit seinem Fortnite-Kanal. Und deswegen schreiben wir hin. Junge! Spiel doch endlich wieder Fortnite! Zwei Jahre warte ich! Oh. Hab verschrieben. Oh. Schon wieder. Wieder. Und wieder. Cringe. Gut. Raus da, Alter. Okay, was haben wir denn? Last to leave car gets to keep it. Oh, das ist ein schönes Video. 10 Millionen Views, Alter. Schön. Can I get a shoutout? No. Tja, Mary, Alter. In diesem Channel kriegst du keinen Shoutout. Storytime Crazy Roommate juckt mich nicht. Oh, Witz. Das ist wieder eins von unseren Gruseligen, oder? Oh, das haben wir doch gerade schon... Oh mein Gott, Bro. Ich hasse dich so sehr. 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 Ah! Mann, was war das? Start! Kommt irgend so ein Hans-Peter auf einmal um die Ecke und es war das Video! Dislike! Dislike! Spielt, Junge! Fortnite! Alles gut. Alles gut, Leute. Wir gehen weiter. Video 3. Komm, wir gehen direkt wieder weiter rein. Also, das sind unsere Videos jetzt anscheinend. Wir haben hier einen Code. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war aber ein ziemlich kurzes Video. Da muss ich aber hier mal... Oh, ein Like oder ein Dislike. Komm, wir flaggen jetzt einfach und schreiben mal drunter. Das war ein sehr unglaublich potenzielles Hintergrundtiefes Video einer Art von Photosynthese, bei der es um einige Sternensysteme der Galaxie der alten Römer von Cäsar handeln könnte. Wie dumm willst du sein, Marki? Ja. Alles gut. Okay. Also, wir haben den Code. Wir müssen jetzt einen Code rausfinden. Ich hab Mastermind. Bro, Mastermind. Das sind so Dinge... Das ist too easy. Das ist too easy für mich. Denn guckt mal. Leute, ich will das jetzt ganz kurz analysieren. Analysieren. Guckt es an. Guckt es an. Schaut den Babykatzen in die Augen. Denn Leute, wir haben hier vier Zahlen. 7, 3, 9, 5. Meine Damen und Herren, das muss der Code sein. 7, 3, 9, 5. 7, 3, 9, 5. Hallo? Will der... Bauchspecki. Hallo? Ich bin Bauchspecki und ich will meinen Code einlösen. 7, 3, 9, 5. Ah. New Videos erwähnt. Wir haben es geschafft, Alter. Easy. So. Like. Bestes Video. Lieb ich. 2 Views. Oha, guck mal. Wir geben ihm sogar Views. 3 Views. Bro, lass den zu einer Million Views zusammen hoch machen. Okay, meine Damen und Herren. Wir hören erst auf, wenn hier eine Million steht. Let's go, Baby. Wir pushen den hoch. Das ist der neue YouTuber, Alter. Alles für euch, Leute. Alles für die Community, man. Okay, New Video. Wo ist unser New Video? Epic Zombie Swarm in Brickblock. My friend told me there is a secret code. Also mein Freund hat mir gesagt, das ist ein secret code. Where you can get unlimited ammo, wo du unlimitierte Ammunition bekommst. Er meinte, dass du hochgehen sollst, runter. Something I forgot. Hi. J. Bisch. Du. Blöd. Kerle. Hasch. Du. Zu. Viel. Raucht. Kerle. Cringe. Das muss immer dazu, Alter. Dislike und raus da, Junge, Alter. 9,5 Grad Dislike. Das ist doch selbstverständlich. Okay, Cyber Warrior is a cinematic disaster. Why Cyber Warrior is? Okay. Alrighty, aber wir haben jetzt hier wieder unser neues Video. Oh, das ist so creepy. Das ist so creepy. Das war's. Das war's. Mann. Dislike Flag. Junge, Alter. Äh. Äh. Schlechtes. Äh. 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 Fortnite. Äh. Oh, was ist das? Was will denn der jetzt von mir? Code? Hallo. Hallo. What the code do you want to happen? Don't want to say here. Dislike. Oh, warte mal. Oh, oh, oh. Warte mal. Der hat doch geschrieben irgendwo. Da hat doch einer grad gesagt. Ey, Atom. Warte, 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 warte. Mach die epische Nachdenkmusik an. Hier, guck mal. Okay, passt auf. Mein Freund hat mir erzählt, dass es eine secret code gibt, ja? Wo man irgendwie hoch, runter, rechts, also something like up, right, down. Also hoch, rechts, runter. Hoch, rechts, runter. Guck mal. Hoch, rechts, runter, rechts, rechts, hoch, hoch, links, hoch, hoch. Wir haben den Code. Baby, das ist der Code. Verdammt doch mal, das ist der Code. Also. Hoch, rechts, runter, rechts, hoch, hoch, links, hoch, hoch, hoch. Ah nein, ich muss ja in Englisch schreiben. Oh Mann, Alter. Junge. Du in German Video. Please. Okay. We got this. We got this. Right. Down. Right. Right. Up. Right. Down. Right. Right. Up. 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 Das muss stimmen, oder? Nee, nee, nee. Kauft jetzt einen Merch auf Magischau.de. Right. Down. Right. Right. Up. Up. Left. Up. Up. Das muss jetzt stimmen. Ah, da haben wir's doch, Alter. Geht knackt, Junge. Alter, Fortnite. Okay. Neues Video. Two hours of black screen. Bro, das ist... Oh Gott, nein, 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 da wird ein Jumpscare kommen. Nee, das gucken wir nicht an. Das gucken wir nicht an. Das gucken wir nicht an. Arnie is evil. Arnie's nightmare. Good. Would you make something dislike here for dislike? Haha. Kannst nix für... Hahaha. Okay, wir haben hier unser New Video, das hier, ne? Oh Gott, ist das jetzt Code? Neuer Code? Neuer Code. Okay, wir brauchen einen neuen Code. Äh, das müsst ihr dann wieder hier, oder... Äh, ist... Hallo, wo's the code? What do you animate here? Nee. Jumpscare at 1203. Ah, ah, ah. My friend here. I use code now. Thank you. Ah, ja, man, äh, äh, äh. Unser Freund hier. 1203 ist der Code. Alter, pass mal auf. Jetzt hier. 1203. Ah, alright, Alter. Wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wir klären den Hasen, wir klären den Hasen, wir klären den Hasen. Wir haben... Wir haben... Ah... Wir haben Gehirne. Ganz viele Gehirne. Ah, Mann, Digga, ich... Junge. Junge! Ah! Okay, gut, äh. Haben wir es geschafft? Error Code 598 Server Error Message. Alright, komm, mach die Mocke aus. Reicht jetzt hier, haben wir es verstanden. Ladies und Gentlemen, ich würde an dieser Stelle sagen, das war's. Guck hier niemals das 3 Uhr Nachts-Video. War ein sehr cooles Ding, Alter. Hat mir gefallen, wenn es dir gefallen, lass gerne ein Like da. Abo die Klinge an der Cosmos, falls ihr neu seid. Hat sehr viel Spaß gemacht, Alter. Wir sehen uns dann. Ganz normal, entspannt aus wieder, ne? Morgen oder übermorgen bei einem neuen Video. Ihr wisst ja jeden zweiten Tag hier ein Video auf diesem wunderbaren Kanal. Markei, bester Kanal YouTube. Wow, Fortnite. Geilo, Alter, ja. Lasst Like da, lasst Abo da. Tschüss, okay, klick hier aufs letzte Video, wo auch immer das ist. Wooh!